Manuel Lito Mercado Lapid ist ein philippinischer Schauspieler, Filmregisseur und Politiker der La Cascabalicat NG Malayong Pilipino Christian Muslim Demokritz, der in fast 80 Filmen mitspielte und unter anderem seit 2004 Senator ist, Leben. Nach dem Abschluss der Elementary School der Porek Central School in Pampanga besuchte Lapid zwischen 1968 und 1972 die dortige Sankt-Katerine Academy und erwarb dort 1972 seinen Highschool-Abschluss. Danach begann Lapid der bereits 1961 als Kinderdarsteller in dem Film Icavoaco mitwirkte, seine Karriere als Filmschauspieler und spielte zwischen 1974 und 2096 Filmen mit, wobei er in zehn Filmen Regie führte. 2003 gewann er den FAP IWAT als bester Schauspieler in La Apulapu, einem Film über den gleichnamigen Volkshelden. 1992 begann Lito Lapid seine politische Laufbahn in der La Cascabalicat NG Malayong Pilipino Christian Muslim Demokritz und war zunächst Vize-Gouverneur sowie danach bis 2004 Gouverneur seiner Heimatprovinz Pampanga. Bei den Wahlen vom Mai 2004 wurde er erstmals zum Mitglied des Senats gewählt und war sowohl Vorsitzender des Senatsausschusses für Glücksspiel, Unterhaltung und Sport. Bei den Wahlen im Mai 2010 wurde er schließlich für eine weitere sechsjährige Amtszeit als Senator wiedergewählt. Im derzeitigen für die Jahre 2010 bis 2013 amtierenden 15. Kongress ist Lito Lapid Vorsitzender der Senatsausschüsse für Kooperativen und für Tourismus. Sein Sohn Marc T. Lapid war zwischen 2004 und 2007 sein Nachfolger als Gouverneur von Pampanga. Filmografie 1961 Icavoaco 1974 Angpage Babalik N. Ileon Guerrero 1979 Angleon Antigui et Angalamit 1981 Camarón Acero 1984 Zygoma 1986 Camarón 1989 Task Force Clavio 1993 Argenaldo 1997 Tapang S.A. Tapang 2000 Passa Sabakenkoa N. Mundo Mo 2006 Tatlong Baraha Auszeichnungen 2003 FAP Award als bester Schauspieler Zygoma JR Damo